Nun, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann muss man das schon als Geniestreich der Arbeitgeber bezeichnen, dass es ihnen gelungen ist, mehr Trittbrettfahrer als Gewerkschaftsangehörige zu erzeugen. Trittbrettfahrer sind für mich all diejenigen, die ohne einen Mitgliedsbeitrag in einer Gewerkschaft, die von den Gewerkschaftern erkämpften Errungenschaften einfach nehmen und so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Trittbrettfahrer sind die, die sich 15 bis 20 Euro Beitrag im Monat sparen und dann auch noch meckern und warten, dass die wenigen Gewerkschafter, heute sind es nur noch 20 Prozent in diesem Lande, für sie die Kohlen aus dem Feuer holen und die Tarifverträge verbessern und die Einkommen erhöhen. Die GDLer sind an der Stelle Vorbild und zwar ein weiteres Mal. Wir haben einen hohen Organisationsgrad unter den Lokomotivführern und wir erwarten, dass die GDL-Mitgliedschaft auch hier als Ehre empfunden wird und jeder Lokführer und auch jeder Zugbegleiter für sich begreift und entscheidet, dass nur durch die Mitgliedschaft und die gemeinsame Stärke Tarifverträge so gut gestaltet werden können, wie wir das jetzt angegangen sind. Nach vielen Jahren von immer stärker absinkenden Tarifverträgen, nach vielen Jahren von Entbehrung und schlechten Arbeits- und Einkommensbedingungen, ist es durch die GDL jetzt so möglich, in die Tarifverträge einzutreten und hier in einer starken und solidarischen Gemeinschaft diese Tarifverträge in die Zukunft hinein auch wesentlich noch zu verbessern. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben, aber wir müssen klar und deutlich sagen, das Tarifgeschäft ist langfristig strategisch. Im Jahr 2015 haben wir alle unsere Mitglieder in den Tarifverträgen verankert und ab dem Jahr 2016 werden wir gemeinsam mit der uns zur Verfügung stehenden Kraft diese Tarifverträge auch weiter verbessern können und die Einkommenssituation im Zugbegleitdienst zum Beispiel wesentlich besser abzubilden, als das im Augenblick noch der Fall ist.